Willkommen hier zur nächsten Partie, Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Hoffenheim mit mir am letzten Spieltag erfolgreich, dadurch mittlerweile 17. Man geht Schritt für Schritt ein bisschen nach oben. Anders sieht es bei den Gastgebern hier aus. Die Gladbacher, die rutschen immer weiter ab. In den letzten vier Spielen gab es insgesamt nur zwei Punkte. Aktuell Tabellenplatz Nummer 7. Das klingt im Vergleich zu 17 deutlich besser, aber es sind nur fünf Punkte Unterschied. Das heißt, wenn ich mit Hoffenheim hier gewinnen sollte, ist man so gut wie ran. Mal schauen, wie es hier wird. Eure Tipps ab in die Kommentarbox. Mehlbacher ist uns treu geblieben. Der leitet diese Partie. Und ja, dann gucken wir mal, wer hier in Führung geht. Bisher habe ich ja mal das erste Tor erzählt. Hut vom Bebou. Abseits. Abseits, abseits, abseits. Ja, schieb doch noch rein, Mann. Abseits, 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 abseits. Abseits, 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 abseits. Ja, richtig. Hab ja erst den Ball gerührt. Danach ist alles erlaubt. Oh, schön mit... Schade. Aber gut mitgenommen. Klasse weitergeleitet mit der Hacke. Und Baumann das erste Mal hier gefordert. Schlecht. Nicht gut abgewehrt, aber schön rausgeköpft. Kleine Druckphase hier vor den Gastgebern. Und vielleicht eine kleine Kontermöglichkeit für die Gäste. Ne, so nicht. Schwein gehabt. Einen Ticken zu spät. Ja, ich fand auch überhaupt nicht gut, wie sich mein rechter Verteidiger hier bewegt hat. Weil der... Ich hatte eigentlich ja gut zugestellt. Und dann habe ich den Spieler gewechselt. Und der ging so weit weg. Da wäre es da richtig schön über die Außen durchgewiesen. Mhm. Warum mein Plan? Das hat er gesehen. Jetzt! Bibu, schnell! Bibu trifft nicht! Nachschuss! Ja, aber Mucke brauchen wir mehr Versuche. Der blockt immer. Ja. Ja. Ja, schön. Nein! Was war das für ein Pass? Ja, gar nicht. Da war mehr möglich. Boah, wichtig. Schöne Geräte. Ja, komm. Karte. Zieh! Ja! Richtig. Ja, noch eine Karte. Ui, 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 der wird verkümmert. Ui, 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 der wird verkümmert. Boah. Ui, 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 der wird verkümmert. Ach, komm. Ball. Boi, jo, jo. Embolo, mit der besten Möglichkeit hier. Scheiße, scheiße. Jawoll! Warum geht der... Warum geht er denn da nicht entgegen? Bitte. Ah, nee. Dadurch, dass du so weit weg warst, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es notwendig ist, da unbedingt den Spieler dichter zu holen. Ich bin wirklich baff, dass der das nicht geschafft hat, in dieser langen Zeit da mal einen Schritt entgegen zu gehen. Player fast mit dem Doppelpack. Ja, also nochmal mache ich das nicht. Oh, da ist ein gutes Zuspiel hier. Bebu ist schnell. Und er trifft! Ey, warum hat Sommer eigentlich nur 89? So, drei Tore gab es hier. Jetzt geht es aber erstmal in die Kabine. So, weiter geht's. Ich habe ein bisschen umgestellt. Richtig. Oh. Boah. Oh. Schämt sich auch keineswegs dafür. Nee. Ja, hier rot. Ach, hör auf zu rollen. Boah. Ja, einmal hin. Immerhin ein Wurf. Ich finde das schade, dass man den Ball nicht richtig schnell ins Spiel bringen kann. Hier. Was? Was hat denn der Kleine? Ach. Nein. Nein. Da wechsle ich zwar mal richtig blöd. Jetzt haben wir den nicht. Oh, schönes Zuspiel. Baumann zur Stelle. Hätte ich doch mal geschossen. Na ja, gut. Haben wir, haben wir. Ach. Falsche Seite. Die andere war komplett offen. Schwierig hier in der Anspielstation zu finden, wenn wir im Ball übersetzt sind. Mucke presst gut. Aber es gibt keinen richtigen Torabschluss. Ja, jetzt. Der kam mal an. Ja, jetzt. Gut gespielt. Oh, eiskalt. Beide Mannschaften pressen richtig früh. Also Aufbauspiel aktuell richtig schwer. Geist jetzt den nur besser. Hey, jei, jei. Hey. 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 Hey, hey. Hey. Schöööööön! Schlussviertelstunde läuft. Aktuell würde der Negativ-Trend von Borussia Mönchengladbach weitergehen. Player kann auch mal verkürzen, aber wir wehren den Angriff ab. Vorerst. Guter Block. Hä? War ich da nochmal dran? Ja anscheinend, ne? Naja. Ich hätte jetzt Ecke gegeben. Oh, da habe ich die Latte gehört. Ja. Und komischerweise bekommst du auch noch Eckball. Und ein Eckballtor. Ja. Ja, endlich mal. Komm weiter. Ja. 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 Pfeifen. Ja gut. Okay. Das pfeift er erstmal ab. Und jetzt pfeift er das Spiel ab, oder? Nö. Nö. Der Angriff gilt noch. Ohhhh. Nochmal eine gute Möglichkeit. Aber auf meinem Gewinn. Uwe.